Grüß Gott. Mein Name tut leider nicht zur Sache, aber ich heiße doch auch irgendwie. Nur kann ich mir das irgendwie besser merken, wenn ich mich daran erinnere. Ich hatte heute Stuhlgang, schon ziemlich in der Früh. Doch das ging auch vorbei. Dann wurde ich immer mehr wach. In diesem Strom von Wachheit habe ich mich dann mal selbst definiert, als ein Mensch, der auf einem Stuhl hockt und Gitarre spielt. Ich war ziemlich unzufrieden mit meiner Situation. Ich fühlte mich so beschränkt durch diese Definition. Denn ich konnte es auch nachvollziehen, weil das Wort Definition aus dem Lateinischen kommt und auch so was halt wie Begrenzung. Also hörte ich mal kurz auf, einen Moment lang, um mich selbst zu definieren. Und da war ich ganz ingeniert. Ich selbst. Ich konnte nichts dafür, dass ich der totale Täter von allem war, was jemals passiert ist. Ich war der böse Push und der gute Bin Laden und der gute Push und der böse Bin Laden. Und auch dieser, der die Wall Street besetzt hat. Und ich war auch der, der ganz gierig war auf die Aktien und der nicht dran gedacht hat, dass es irgendwelche Kinder gibt. Ich war einfach der, der gut und der der böse war. Doch zum Glück war ich das nur und ich bin es nicht wahr. Weil ich bin ja nicht mehr definiert als der für den ich mich halten könnte. Das war nicht so und es wird nicht so sein. Und was nicht so ist, kann auch nicht sein, wie es niemals war. Tralalalalala. Ich werde mich aufhören mit dem Quatsch und ich kann mich aufhören, weil ich kann mich selbst nicht vermeiden. Auf Wiedersehen. Tschüss.